Hallo ihr Lieben, es gibt wieder Previews vom siebten Alea-Band dieses Mal und ich melde mich hier aus meinem brandneuen Schreibzimmer in unserem neuen Zuhause. Ich habe dieses coole Wand-Tattoo jetzt als Hintergrund, eine Unterwasserwelt, ganz passend. Und heute lese ich euch die ersten drei Sätze des neuen Alea-Bandes vor. Der wird heißen Im Bannkreis des Schwurs, kommt wahrscheinlich im Oktober raus, schauen wir mal, wie schnell ich mit dem Schreiben bin. Ich sitze auch immer hier beim Schreiben mit meinem Laptop. Und genau aus diesem Laptop lese ich euch jetzt die ersten Sätze vor. Lennox hielt Aleas Hand. Er hielt sie mit sorgsamer Sanftheit und doch mit einer Intensität, in der die ganze Kraft eines Oblivion-Beschützers lag. Beim kleinsten Anzeichen von Gefahr würde sich Lennox unter Einsatz seines Lebens für Aleas Schutz einsetzen. Und das nicht nur, weil er ihr Krieger war, sondern weil er sie liebte. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020